Zum Glück hab ich denn irgendwann mal so'n Psychiater gefunden und musste dem dann was erzählen und ich saß da paar Stunden und sagte ihm, ich wär mental total lunden und hab spontan noch paar tragische Eskapaden erfunden aber irgendein Scheißerzähl, der hat's anscheinend ans Wahrheit empfunden eigentlich egal, was für ein Grund denn, zumindest war's mir gelungen und ja, vielleicht wird mich der Staat jetzt verklagen, na und, denn dann kann ich immer noch sagen das war grad alles gelogen dann wird die Bild bestimmt mein Bild und meine Namen abdrucken und Leute werden mich ganz böse auf der Straße angucken und angewidert, das sehen sie grad an Haaren der Suppe würden mich nicht schlagen und schubsen, aber mir vielleicht auf meine Prada-Schuh spucken aber selbst das würde mich gar nicht mal jucken ich fühle mich nämlich nicht so, als würde ich dem Staat noch was schulden im Gegenteil, ich fühle mich so, als würde der Staat mir was schulden konkret so etwas wie eine Eins mit total vielen Nullen dass ich hier heute überhaupt noch Steuern zahle, ist doch Unsinn ohne mich würde keiner mehr die deutsche Sprache benutzen seit einer Dekade in den nationalen Charts und den Clubs drin ich hab meinem Land hier gedient, ihr könnt euch gar nicht aufmucken und nein, ich weiß, ich bin nicht perfekt, zum Beispiel habe ich Schuppen kein Pimp, doch in meiner Branche sind total viele Nutten und das ist eigentlich kein Umgang für so'n artigen Jungen doch ich bin der Beste von allen Solo-Artists und Gruppen nehm mir so viel Freiheit, da würden Curse und Mario schlucken und nein, ich weiß, dies hier ist nicht so wirklich Radiomucke doch Leute kommen von weit angereist mit Bahnen und Bussen denn ich lass Liebe entstehen, als würde ich Paare verkuppeln und nein, der Reim ist noch nicht aufgebraucht, ich hab noch ne Runde was hast du da für schöne, lange Charme, Haare, Rapunzel darf ich daran hochklettern auf dein Castle und rumchillen du kannst blasen, ich fummel, wir gucken da bei einem Stumpfilm und ist okay, wenn ich mir ein Fuffi aus deinem Sparschwein hier pumpe du hast ein Gottverdammtes Schloss, das ist doch gar keine Summe und darauf folgt auf keinen Fall irgendeine Fortsetzung Fortsetzung die